ARD Text im Auftrag von Funk 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 Games Gecrash oder? Okay Ach äh schnibblig die schnapp und hallo Drioja Herzlich willkommen zurück zu Let's play Counter Strike Global Offensive Mit mir dem Levkara und dem Vollteam Geil! Auf mir rasch Schau dich vor Leute Bi 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 B Bi Bi Big acceleration Hallo ich bin der Alex Ja Gegner Team flamtst auch schon rum LoL One Team Das heißt neks wir haben uns so wie wir Jetzt spielen haben wir noch nie zusammen gespielt Einspielen und so Durch Durchدة Hold Leute unten links Alter wie der daubt Ja wir haben zu lang gebraucht Warte Das wohne agile Ja, Suspekt der Hohensinn. Meinst du Moon? Minus 49. Er ist jetzt rechts. Die Nade kam genau an. Wo wir reinrennen wollten. Ja, natürlich. Aber hier, wen meinst du denn? Auf wen sollte ich denn mal ein bisschen aufpassen? Ich will einfach mehr stunnen, das kann man jetzt sagen. Ja. Wollt ihr forcen? Ja. Ja, kann nicht mehr. Gut, dann das mal. Ah, try. Nicht splitten würde ich sagen. Nee, nee, können wir auch gar nicht. Wir haben ja keine richtigen Waffen. Wartet. Oben ist gesmoked, wartet. Pelle ist smoked, ja. Guck mal nach hinten. Guck mal nach hinten. Guck mal nach hinten. Gar nicht so viel Steppen da auch. Blau? Von hinten irgendwas? Nee. Du kannst auch schon mal zur Rampe gehen. Die haben wahrscheinlich schon aber pink gehört, ne? Blau geht zur Rampe, wir gehen jetzt drauf. Ja, alter. Auf, auf, auf. Ah, alter, kann nicht sein. Ihr geht einzeln. Nein, Patrick und ich sind gleichzeitig drauf. Patrick hat direkt einen Header gekriegt. Haben du auch so noch nicht drauf. Ja, ich stand hinter dir oben. Und die ich nur ansam. Stand in vier Stück, ne? Stand in vier Stück, aber wir haben auch lange gebraucht, ja. Ja, das Problem ist halt, dass, äh, Can, du hast, äh, da vorne, bei den Stairs da, direkt gesteppt, äh, so in etwa zwei Sekunden lang und das haben sie definitiv gehört. Can hat auch direkt einen Header gefressen. Direkt. Ja, nein, er hat, äh, sie haben gesmoked und haben halt gepiekt. Und, äh, Can hat sich gezeigt. Der einer hat 1465 Stunden. Ja. Wussten sie, dass wir da stehen. Oh, mit der Block nur einen Hit gesetzt, die macht ja null Schaden. War eine Flash. Ja, der drückt den mir mit der ABP. Der hat auch einen Header von mir gekriegt, 50er da. Auch noch einen Header. Wow. Krieg direkt eine Nade. Ah, einer gewandt. Ja, drei sind nicht, oder zwei. Ich glaub sogar drei. Einer kommt vielleicht. Von oben, von B, einer, von B kommt einer. Man, er wird nicht wirklich besser. Wow. Ja, die Block macht halt gar keinen Schaden, ne? Was ist das für ne Waffe? Die macht nur auf Kopf und dann musst du auch zweimal treffen, damit das was bringt. Per USB trifft man, ich weiß gar nicht mal, also ohne, ohne Helm. Dann nix was. Kämpfeder gehen wir schnell auf A. Oder wir gehen B. Lass B gehen. Einer sieht mir nach Smurf aus. Es ist immer ein Smurf, dabei guck unsere Ränge an. Hm. Das ist so ne Smurfer, Edu. Ja. Oh Mann. Kommt schon. Machen wir fertig hier. Ja, wir wollten. Wir sind jetzt schon wieder so langsam, Alter. Gebodyblockt. Das kann's denn nicht, ja. Kommt hier oder, geht hier oder wartet hier. Warte. Jetzt nützt es nichts. Richtig smoke ficken sie uns direkt. Und peak doch nicht. Ja. Da wird ne AWP stehen. Einer auf A down. Einer auf A down. Lass zurück rotieren. Lass über Underpass gehen. Ich hab Bombe. Einer. Einer ist short. Hört man. Short geht von mir in den Smoke. Einer beim K. Einer oder zwei short. Ja. Nein. War klar. Nächster short. Einer ist noch window. Ja. Ich hab nicht mehr viel AP. Window ganz hinten, in der Ecke. Nächster rechts oder links? Der ist slow. Hinter mir. Underpass. Window. Underpass kommt langsam vor. Schön. Super gemacht. Arbe. Hol dir die Arbe. Wer spielt die Arbe? Ja. Er selber. Okay. Kauf mir, oder? Kauf mir bitte ne AK, Patrick. Mhm. Dankeschön. Doch. Ich muss mich ganz kurz auf Beschäftigten stellen bei Skype. Dauert zwei Sekunden. Oder Skype beenden. Skype ist eh total internetziehend. Ja, ja. Ich geh mit ihm wieder. Oh Gott. Ich hab trotzdem 20 AP. Ganz links in der Ecke. Fenster. Ja. Warum smokest du auch nicht die Smoke? Ich kann. Sag das doch. Eigentlich nicht gesprochen. Ich hab ihn gesehen. Short. Steht einer. Wirklich. Wollen wir auf B oder auf A? Kann mal A rauspeaken und vielleicht den Fallen firstly von wie viele da sind. Connector. Einer ist Short, einer ist Connector. Immer noch. Einer Short. Geht auf A. Geht auf A. Geht auf A. Geht auf A. Ah. Einer ist oben bei Palace. Einer ist bei Palace. Minus 50. Hat er K. Geht auf A oder B? Ah. Ich bin jetzt schon in der Sufizipal. Oh. Wollte ich gar nicht weisen. Na. Naja, er konnte mich besser sehen als ich ihn. Info und Window. Und Palace. In der Jungle eine Arbe stehen. Hm. Schön. CT. Das war die Arbe. CT und Jungle. Na, Problem ist, du hattest auf die Bombe, als du dahin gelatscht bist. Das heißt, er hätte dann auch dahin latschen müssen mit der Bombe. Hm. Die sind nicht schlecht. Einer zumindest von denen. Das machen wir. Kurze Hand hochstellen Prozess. Wollen wir schnell versuchen B. oder warten in der Aufbie. Oder warten in der Aufbie. Wir laufen. Hätten wir uns aufgewandt. Hätten wir uns aufgewandt. Nicht lauf. Nicht steppen. Nicht steppen jetzt. Wir müssen einmal alle zusammen gehen. Gehen wir drauf. Töten den und klenten dann. Ja. Hauptsache jetzt mocken wir nicht. Siehst du, wir wollen jetzt nicht hören. Danke für den. Sorry. Einfach noch weiter drauf. Jetzt drauf drauf drauf. Worauf wartet ihr? Ein erster On-Spot. 3K. Ja, einer. Hinter dem hier. Ja, jetzt hat Char nicht nur 0, sondern sogar minus 1. Wie hab ich... Wie hab ich... Du hast mich geheadshotet. Wie viel HP hattest? Ich? Ja. Hab von dir... 78 gefressen. Ich hatte keinen... Ich kann's mir eine Piste geben. Ja. Ja. Der Gegner war vor mir. Und... jemand auch vor mir. Irgendwie. Ich hab den Gegner in der Headshot gesucht. Sicher kam, wie gewohnt ist das Window. Jo. Der Rest wartet einfach mal hier gucken, ob der wieder pusht mit seiner P90. Weil du step nicht. Ja. Wasser. Einer ist doch... Ich hab gerade geblinzelt und auf einmal kommt einer rein. Ich würd mal sagen, auch seit Patrick ist nicht da. Hä? Patrick bist du nicht da? Bei ihm hat's geklingelt. Boah, wir müssen uns mal konzentrieren hier. Czarno, was ist los? Ist auch mein erstes Match, das zählt nicht als Ausrede. Ja, ich weiß nicht. In der Aufnahme, weiß nicht, kann ich nicht so aimen wie im normalen Match. Ja, da. Bibi. Abzahe klingt bei mir gerade so ne Frau und fragt, ob ich Polnisch spreche. Das ist bestimmt fast wenig von mir. Fuck, Alter. Ich tu mir auch mal ne Aave dazu und versuch mal dann mit der auf A Palace zu picken. Flay, du gehst doch Mitte, oder? Flay. Warum schmeißen wir die Bombe ziemlich auf die Aave in der Hand? Ja, stimmt, aber... Fass Mitte damit auf. Ich werde raus. Kann einer mit der B aufpassen, dass da keiner pusht? Kann einer mit dem nicht hier gehen? Ja, einer bitte mit mir an. Dann geh einfach B. Dann pass auf, dass da keiner pusht. Ich warte auf 4 Ramp. Kannst du ja mit mir gehen, wenn du magst. Soll ich mit dir gehen, oder wer geht jetzt mit dir? Dann geh B. Gucken, ob da einer pusht. Wer soll B gehen? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Lass die Bombe einfach am T-Spot stehen und dann geh B. Einer hat Windo-Hit. Hört ihr mich, oder? Ja, ja. Ich dachte, mein Mikro ist aus. Das ist übrigens ne Aave, die da sitzt, die du siehst auf der Karte. Das ist wirklich ne Aave. Die hat auch gerade so hart durchs Fenster durchgeschossen hier. Kurz. Blau, das ist ne Aave. Die sitzt da. Rechts. Wahrscheinlich. Richtig? Einer Stairs, einer Jungle. Ne. Können wir hier nicht versuchen. Zu viele Aaven. Alles Aaven. Ey, das ist so lächerlich. Minus 81. Was mach ich da? Weiß ich nicht. Patrick, wo bist du? Ich komm. Einer ist Windo-Down, einer ist B. Short-Down. Auf A und Spot noch einer. Auf A nicht versuchen, da sind zwei Aaven. Waren gerade eben auch schon zwei. Aber die haben schon längst rotated. Wofür rotated? Die wussten, unsere Bombe liegt da noch. Und keiner von uns hat sich mit Bombe gezeigt. Nicht mehr steppen. Notieren. Komm, 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 komm. Ich bin schon hinter ihr. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Jetzt müssen wir laufen. 3, 2, 1. Lauf. Ich versuch direkt den Plant. Ja. Ich glaub, CT kommt bestimmt. Einer CT in einer Jungle. Langsam mal CT. CT war A. CT war A. Ja, ja, ich weiß. Jungle Jungle. Immer Jungle Jungle. Nice. Ganz schön. Nicht kontesten. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Sehr schön. Zauber. Zauber. We are going to do this. We are going to do this. Pfff. 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 Solider. Pfff. 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 Ja, das war der lackigsteCPicht��b lifetime test algunтак molt 피. Ich hab nur noch kafter auf pleasure i forever! Das ist der Steals nicht anders. 9 05 inserted. Pfff. einer schaut ja schön was nicht einmal wo stand eine waffe ich muss piken t ist ungedeckt also die bombe liegt noch mitten ja ich muss kurz eine waffe holen wo ist eine waffe immer noch bms ich wurde auch wir haben die bombe immer noch nicht die liegt in der mitte ihr habt nicht mehr so viel zeit man wir müssen auf ganz schnell es geht die zeit einfach flöten gerade bei der mitte konnte nichts machen das haben wir richtig schlecht gemacht das hätte nicht passieren müssen dürfen wie auch immer das war scheiße ich habe gesagt warum liegt die bombe da das war der bolzen dass die bombe die ganze zeit schön da so rum lag ich dachte jemand hebt sie auf weil ich habe sie direkt einer ramm zwei ramm einer pusht einer pusht windo guckt keiner ich glaube die trauen sich nicht mehr wegen der smoke was ich habe den getroffen der hat noch 15 hp nein einer im window oh mann zwei connection oh aim punch fick dich also einer hat wie viele kommen zwei von mitteln dann geh einfach auf A und plau sie zu blenden Einer Wir wissen eh wo du bist, du brauchst nicht zu schleichen Vielleicht einer in der Jungle Na, uns braucht das, wir sehen Jetzt ist sie schon da Schade Einer von denen war ziemlich low, aber passiert Aber wir spielen gerade Team technisch Mist, richtig Mist Einer kommt unter 2k Lass nochmal B versuchen Ja Mit Tuckers, oder? Ja Einfach auch im Spot Mal gucken Wir haben doch nicht mal das bis jetzt hingekriegt Was schon ziemlich traurig ist Dieses Match spiele ich gerade sehr, sehr scheiß Allerdings, du hast keinen Pill Weiter, weiter, weiter Bei Minuskill, ja wow, ich hab 20er Pill Ja, bin direkt in seine Kugel reingeflogen Einer steht in Kugel Einer und Spot 160, na nice Ah, schade Tu mal hin Ja, wir haben auch geszept, keine Ahnung Die waren direkt alle 5 da, war schnell reagiert Ich denke Also Zweiter Hm Ihr hattet 2 getötet Die anderen 2 standen auch schon da Jetzt gerade kamen die Achso Sah nicht danach aus Manchmal, selbst Wendy konnte die auch schnell rotieren Ja Oh, das geht mir jetzt schon auf den Sack Jetzt sind die halt total eingebildet Weil wir nix geschissen kriegen Wird schon Dieses Game Wieder Wir haben uns Steppen gehört Die Smoke wahrscheinlich fiel das ab Korrekt Trauverfahrer, Trauverfahrer Ja, passt auf, das ist ne AWE irgendwo Einer ist unter Stairs Mit AWE Eine Antwort für mich Link Überall auf A, man 15 HP Rechts 15 Short Einer steht Stairs Schade Trotzdem schöner Versuch Der hatte keine 15 HP Nein Ich dachte auch nicht, dass da 3 noch übrig waren Oder der eine ist durchgelaufen Ich hab dem einen nämlich auf 15 runtergedrückt Hier sieht man es Okay, auf 16 Aber Auch nicht Das macht den Unterschied Die eine HP Was machen wir? Heißt es nicht die eine HP? Ja, doch Heißt es Lass es mal los auf A Auf A stehen die mit der AWE Wir smaken auch Das ist diese komische Retard AWE Die irgendwie alles trifft Da durch den komischen Spalt Tut er auch Die haben Palace schon gesmoked Oben steht schon Oben steht schon Obstiers Oben tötet mich schon Der eine Connector Einer Stairs Ich blente Wollt ihr mich verarschen? Jungle kommt fast Jungle kommt fast Scheiße CT CT Und Jungle CT hinter der Box Einer Jungle Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Du hast mir die A1 schon zugeworfen, das ist ja nett von dir, aber... Kein Problem. Ne, das war schon echt ärgerlich. Lass mal versuchen zu peaken. Wenn wir jetzt noch die zwei Runden holen, dann sieht es noch ganz gut aus eigentlich. Kann einer T-spawn bleiben und checken? Ja, ich bleib T-spawn. Nice. Eps kommt gepusht. Das kann nicht sein. 30 HP hat der noch, der kommt von hinten, von T-spawn. Ja, eine Pistolrunde, schön. B ist nur ein Lacky, einer B, einer B, einer A. Können wir in die Richtung bitte? Kommt von Underpass Flay. Also, unser Teammate. Gehst du jetzt Richtung B, oder was? In Epsen Steps. Blau, warte! Geht's weg. Ist nix. Vielleicht hier oben? Nö. Komisch. Onsport ist irgendwo... Aber ich weiß nicht wo. Irgendwo Onsport. Schön! Planted! Gelb! Achso, du bist sehr alt. Gelb! Gelb! Wo ist der letzte? Warum kann ich dich verletzen? Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Schott! Schott! Oh mein Gott! Ist anders schlecht. Gelb! Du hast ja voll getroffen, der Nate! Hinter dir! Nein! Warum hast du ne Nate reingenommen? Warum? Ey, du hast so viel gedrückt, ne? Du hättest einmal in den Fuß schießen, bis er war tot gewesen, Mann. Der hat nen Defuser. Fuck. Sorry. Nein! Warum? Warum? Warum hast du doch die Nate reingenommen? Aber man hat auch gehört, dass er direkt kommt. Du hättest die Nate reing seinen Kopf geschmissen, Mann. Das war Schmerz. Das hat meinen Augen wehgetan. Dabei spielst du doch immer so gut. Warum nur? Egal jetzt, nicht mehr Flame. Ja, das würde ich jetzt nicht schreiben. Das wäre mir peinlich so jetzt gerade, ne? Ja, das ist ja noch peinlicher, wollte ich gerade sagen. Ja, gut, kann man machen. Was? Deswegen hat er ja gepusht so schnell, ne? Der wollte unbedingt das noch. Ich werde in der Mitte gepusht. Glaube ich. Arbe ist an Stairs. Blech raus, aufpassen. Oh ja, genau. Schieß genau neben meinen Kopf. Ich glaube, Short steht noch einer. Was raus, was raus. Unspot on. Hilft auf Arsch schnell. Ja, irgendwo ist ne Arbe noch. Ich glaube, Jungle oder so. Short. Nein. Jungle und Onspot. Minus 68 hat die Jungle. Aber... Ne, ich kann nichts treffen. Das ist auch normal. Jungle CT on. Einer CT, einer Onspot. CT on Half-Life. Einer. Einer. CT, noch einer. Drei Onspot. Einer. Einer Half-Life. Das war einer. Einer steht hier. Das war einer. Einer steht hier. Einer steht hier. Mach was du willst. Es ist mir egal. Oh nein. Oh nein. Habe ich den nicht geil genutzt damit? Ja, das war gut Ja, ich bin schlecht wie sonst was Oh, endlich die OSP und die Cityside Mal gucken Kauft wer Diffuser? Wäre eigentlich nützlich Alter, Patrick, weißt du, wie mein Herz gerade schlägt? So bum 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 Ich bin noch nicht müde genug um das so Ich gehe B Ich bin noch nicht müde genug Ich gehe auf A Ich fange an zu rauchen, hilft Ja, rauchen Das stimmt Ich fange an zu rauchen Ähm, ja Alter Alter Wir haben die Bombe, wir haben die Bombe Warum, Flay? 20 habe ich dem nur gedrückt Einer ist Jungle, der kommt jetzt langsam zu dir Oder rennt, er rennt Ich bin ruhig Schade Ja, hier hätten wir gewinnen müssen Fuck Ja, Force Buy, oder? Dürfen ja die Runden nicht abgeben 5-7 und los aus, Ramp da Ja, off teilen immer noch Wenn jetzt B gekommen Das ist einfach Rampepuschen Na gut Rampepuschen Oh mein Gott Flash kam ich Nate ist auch schon gekommen Hop Oh go B A war durch, A war durch Ab Schönes Ding Was von dem? Ich glaub an irgendwas ist noch kelles Vielleicht Geh da mal hin B Bestimmt Ja, ist auch B Ja, ist auch B Wir haben nicht viel Zeit, wir haben keine Fuser, glaub ich, ne? Ja Oh mein Gott, einer War hier genau hinter mir Ah, einer sieht die Backkitchen Kitchen ist einer schon raus Schönes Ding Diffuse, go Diffuse Diffuse Haben schon Diffuse So macht man das Nice Danke, danke, danke Puh Meine Runde Schade, dass wir am Verlieren sind Aber was nicht ist, kann noch werden Niemals aufgeben Natürlich nicht Wir haben auch schon mal 11-4 geführt und voll auf die Fresse gekriegt dann 13-4 oder 12-4 und voll auf die Fresse, also nicht mehr ernst gespielt und einfach Ja, die Noob'n uns ja auch schon die ganze Zeit rum, die Blei'n uns ja auch schon hart, Leute Wolltest du das Fenster treffen? Zwei 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 Noch einer, ich kann ihn nicht sehen Einer war noch in Epps Einer hat 40, zwei haben noch 40, zwei haben 40, zwei haben 40, beide sind blau Hast schon getötet, schön, die hatten beide von meiner Nate gefressen Wirst du AK? Nein Patrick? Ne, passt schon, passt schon Mal lieber in 4 Ja, same here Nein, weißt du was das Problem war? Ich konnte nicht viel von denen sehen, weil der eine sich gedruckt hat und dann hab ich den Nate geworfen und genau in dem Moment kommt der eine aus dem Fenster Fenster Das war scheiße Meine Freundin ist so assi, ne? Mhm Ich frag die, ja, essen, hast du was gemacht oder so, ne? Später Oder soll ich mir was holen? Ja, nee, essen wir später, ne? Schickt ihm gerade ein Bild, wie diese liebeste fette Pizza ist Äh, Connector kommt schon Ich warte nur um die Ecke schon Ich hör Steps vom Mitte Einer Palace Schön, einer war noch Mitte, glaub ich Blau, bleib auf Spot, push los Eine Flash Ich hab nicht viel, bitte Ich hab, ich guck Connector und dann Boah Okay Schön Das ist noch einer? Ach das bist du Der da steppt Das ist ne Negev gewesen, geil hast du die Negev gekillt, schön Jetzt unterschätzt die uns halt extrem hart, das ist super Kommt uns richtig gut ge- Alter, hast du die Negev jetzt von ihm aufgehoben Negev For the win Negev, ähm Ich kann jetzt wieder bisschen aimen, aber Also ich entschuldige mich für meine Leistungen Also 0 3,19 Passiert Ah, ich bin schon die ganze Woche und die vorige Woche auch so schlecht Glaubst du meine Zeit? Warte, Steps! Ein Up im Mitte Patrick, da sind zwei glaub ich Hat die Smoke gemacht Ich Vielleicht Underground Ja, guck mal da in die Richtung, kann sein Da kommt viel, was da gerade steppt Up im Mitte Prost Leute Schön, du hast den Header glaub ich gedrückt, oder? Das glaub ich Doch, ich hab so flimmen gehört Man kann nicht durch die Wand schießen, willst du mich verarschen? Bin ich mehr Warte Du bist Ne Nein, ich hab extra gewartet, weil ich die nicht gesehen hab Das ist die Bombe, die du siehst Deploying Flashback Oh man, die Bombe bei minus 94 Ey, ich bin blind Was macht ihr denn? Die kommen Mitte hoch Geht an der Pass Oder? Ja an der Pass An der Pass hat nur noch 6 HP Mitte kommt auch Es ist an der Pass, es ist an der Pass Komm wir ficken die Mitte ist auch Connector Mitte Nein Ich war blind Warum gehst du genau in dem Moment zwischen mich? Warum schießt du, wenn du blind bist? Weil der da war Ich hab den ja auch erwischt Aber auch dich Ich hab den geflasht Ja du hast mich geflasht Ich hab die geflasht Will wer eine Awe? Oh man Will wer Awe? Von euch? Nein, kauf lieber 2 M4 oder eine Farmast noch Ich hab's gesagt, dass die low waren Richtig gern Los Ah, er könnte kommen, ich weiß nicht Nein, er wird gesmoked, geflasht, geflasht Noch eine smoke Also es ist auf jeden Fall 2 Leute da Kommt an Eine Tetris minus 88 Einer ist Connector, fassen blau Sind durch Pflantet Nein, in dem Moment Nein, das kann nicht sein Dieses Time lag aus der Hölle von mir Ich würde wieder 5-7-Rush auf Ramp Kauft, kauft, das geht Wir haben nicht viel Das ist egal, wir spielen hier nicht auf unentschieden MP geht auch Willst du rushen, Patrick? Ja, ne? Und ich Ah, die müssen's Da liegt noch ne AK Na, die drückt dich noch ne AK Diese Waffen brauchen wir gar nicht Ja, ist ein Lock B Ja, genau Einers Kitchen Push zur Jungle Baller durch das Holz Ach, so viel Zeit haben wir gar nicht Ich hab gar keinen Diffuser und so Wir können eigentlich nur On-Spot laufen Mach das jetzt Ja, war ja auch schon vorbei Wir warten beide 35 AP Keinen Diffuser Keine Zeit, um nochmal hier quer rumzulaufen Schade, schade, schade Schade Guck mal, schon Flash 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 nochmal Das deppt was, aber nur eine Person Mit anscheinend B Und sie halten sich irgendwie im Hintergrund Underpass Keine Under Ist nur noch einer, Bombe liegt Mitte Ich hab Bombe gerade gerotzt Letzte ist Under oder so Ach, das war der gar nicht Der hat sich einen Autosniper geholt, der Wichser Der hat sich einen Autosniper geholt Willen wir einen Autosniper? Wozu? Ja natürlich hab ich den mitgenommen Boah, auf jeden Fall, Rob Ja hier, drück den Versuchen wir uns auf unentschieden Ja, ach Ich versuche auf Niederlage, kennste Ja Sicherlich Deswegen hab ich Patrick auch eben Hedgehog gegeben Aber sonst hätten wir gewonnen Das ist echt scheiß gewesen Ja, das war wirklich scheiße Du hättest auch einen Flash ansagen können oder so Warte, lass ich einfach mal Äh, etwas ist schon mal A Zwei Minus ist nicht so far Also Zwei Minus ist nicht so far Gut so far Nein, wieso? Nein, wieso? Minus 3 zieh ich dem Ich sag noch extra Stell dich dir vor Ich komm über T-Spoge Ich komm über T-Spoge Einer Mitte Einer Mitte Connector, maybe Ich bin das nicht schießen Bombe SA Halt durch, schönes Ding Baba Die Autosniper regelt Ich hab dir noch ne 5.7 gekauft, wenn du magst Let's go Hab die zugeworfen Schießt auf Ach das auch Smog willst du also nicht haben, ne? Ich wurde abgesmog'ed Ne Flash wird gut, aber es ist zu spät Komm wieder Throwing a grenade B durch, also A durch A versucht viel zu pushen So nice, einer ist noch Tetris, ladet gerade nach Bin schon, da Lädt, lädt gerade nach Einer ist Zwischens der und Ding Unter dir, schön Ja, das muss das, Leute Ey, die, ey, was ist denn das? Ich hab jede Runde ein Kill und ein Assist Guck dich das an 6-6 Geil Da wird auf jeden Fall hochgeladen die Folge Hätten wir ja so ultra hart auf die Fresse Kriegt er dich zwar trotzdem hochgeladen, aber so Macht's auch mehr Spaß, Flash kommt Ja Bei Mitte Bei Mitte Viel Mitte, viel Mitte Ist eigentlich alle nett Ich musste nachladen Der hat 12 HP Das ist die Bombe gewesen Einer hat Half-Life Schöööö Einer hat noch 12 Patrick, der lebt noch Der lebt noch, der mit den 12 HP Das Problem ist, mir ist die Munition ausgegangen, mir ist die Munition ausgegangen und anstatt Waffe zu wechseln, habe ich meine Pistole weggeworfen. Will mir was gedroppt? Nope, verwahr das, gell. Ach, so ein Quatsch. Mit dem Verwahren. Mal wie die sich in den Arsch beißen, wenn wir noch Unentschieden spielen. Flash. Da kommen Steps. Burn, Motherfucker, burn. Die brennen. Ich habe den gerade gehört, wie der da durchgelatscht ist. Pass auf Mitte und Underpass auf. Schön. Da ist er, der kommt. Haben. Vielleicht noch einer? Ja, ich habe noch Steps gehört. Blau, bist du im Underpass? Ja. Ah, dieser Wurzeln. Noch einer mit Arbe. Arbe weg. Noch einer. Noch einer. Brauch Hilfe. Hab sehr wenig AP. Ja, ich prefire, sodass er dich gerade nicht trinken kann. Schön. Das ist noch einer. Das ist noch einer. Habt ihr die Autosniper mitgenommen? Der ist short. LoL, der ist short. Schön. Nimm die Autosniper mit. Da ist noch eine gewesen. Wo? Wie von Patrick. Habt ihr beide Autosniper mit? Ja, noch gerne kaufen. Ja, kauf einen, ne? Ich brauche also Geld zu kaufen. Kommt, Leute. Unentschieden ist real. Patrick, soll ich dir ein Auto kaufen? Was, was, was? Ne Auto. Du bist mega leise. Ich verstehe dich kaum. Dann ne. Ich sag nochmal. Lade. Mh. Deploying Flashbine. Flash. Flashbine. Throwing fire. Grenade. Da hat auf jeden Fall was gesteppt. Vor allem wurde gesmoked. Stairs. Gesmoked. Smoke. Noch eine Smoke. Ein Rotaten, bitte. Deploying Fire. Das ist die Bombe. Schön. Underpass bitte aufpassen. Schön. Geil. Geil, Alter. Kommt, jetzt holen wir uns die letzte Runde. Als ob ich, als der so gegen die letzten paar Runden drehe ich dann auf oder was. Jetzt holen wir uns. Komm. Mann. Das hätte doch früher passieren können. Ist doch okay. Unentschieden steht zum Glück für das Spiel auch wie ein Sieg. Vergesst nicht. Oh was? Nein. Ach, ne Piste hol ich mir grad noch. So. Move it. Move it. Schööön. Konzentriert euch. Da ist was auf jeden Fall. Die sind durch. Die sind durch. Auf B. Bauch Hilfe. Sofort. Ganz schnell. Einer ist schon Kitschen. Einer ist schon Kitschen. Oh, der ist schon Kitschen. Ich bin weg. Die haben P90. Da sind zwei. Naja, das war's glaub ich. Kitchen. P90. Die sind, haben uns einfach weggerusht gerade. Ganz easy peasy. Das Problem ist, in dem Moment waren die alle on spot und ging dann deutlich zu schnell. Ich hab ne Nate gehabt, weil ich Short geguckt hab. MDE. Äh, MG2 meine ich natürlich. An der Stelle verabschieden wir uns. Wir sehen uns morgen wieder, Leute. Haut's rein. Ciao, ciao.